Und damit, sag ich wieder herzlich, kommt zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil 5. Wir haben das Kapitel 1.2 abgeschlossen. Genau. Ähm, ich hummel gerade noch mein Inventar, bist du zurecht? Mhm. Ähm, ich hab keine Eyesprays mehr. Was kann man denn verkaufen? Alles verkaufen. Alles, was geht? Kann ich denn irgendwas aufwerten? Verbessern, ja. Ich kann dir Dings aufwerten. Die MG. Wie viel Geld habe ich denn? Ach so viel. Kann ich noch ein bisschen was ausgeben, oder was meint ihr? Ja, Ladegeschwindigkeit ist immer wichtig. Ach voll. Alles auf Maximum. Ich habe mir über 50.000 ausgegeben. Ich habe jetzt fast 40.000 ausgegeben. oder ich hab die kapazität auf 300 schuss hat jetzt meine ist eine kleine p90 ich habe ich genommen gib mir ich kann sie nicht geben ich kann sie leider nicht geben stehen stehen ich habe einen Oktaver oh hier ist schon kein Money Dokument lesen ach so wie mit der Steuerung klappt warte mal ich hab auch was wir Drogendealer hier durch die Gegend schmuggeln ja dann kann ich dir das auch geben was dann ach so dankeschön ach wie schöne aussicht komm hier hoch immer eine schöne aussicht ja bisschen erschrocken oder was ja oh hat da ist hinter dir machen wir die sind kaputt treffen müssen außen hier kann man hoch die leiter ist kaputt oh shit ich werde mit dem ich werde mit dem nicht durchgetrocknen mhm uuureal nicht er hat genau um selben Zeitpunkt geschossen als ich geschossen habe ok oh shit da oben das ist so eben das ist wie raus das ist auf mit dem das nicht macht Oh nein, wunde! Oh, yummy! Oh Gott! Oh Gott! Ich muss schießen. Oh Gott! Oh Gott! Ich muss auch schießen, was auf die Fische? Ja. Ich habe auf die Fische geschossen, aber hat das gebracht irgendwie. Autsch. Ah, komm her! What? Was? Oh, ich durfte nicht nach... ...durch nach Vanille. Alter Vater! Wir schießen beide auf den Kopf, aber kein Headshot. Da war irgendwo noch ein Ding. Oh, pass auf! Cool! Cool! Ich zieh dir halt auch so viel ab, ja. Auf die Fische, die Fische, die Fische normalen. Das ist echt. Mhm. Du bist grün noch da lang. Echt nicht feierlich. Ja, freilich. Nein. Hast du keinen? Ich hab leider nichts zum Fallen. Nein. Hast du nicht gedacht, du hast einen Spray genommen? Oh, f*** nicht. Oh, f*** nicht. Oh, f*** nicht. Oh, oh Gott. Ich sterbe. Ähm. Ich bin da, ich bin da. Wir müssen raus aus der Ecke hier. Komm weg von der Ecke hier. Er ist tot. Der Hund ist noch da. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh lol. Nom 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 nom. Ja. Das kommt halt davon. Hatte ich was auch vergessen. Lernen. Wir sind das erste Mal gestorben. Mhm. Konntest du nicht A, B, A oder was du drücken musst, dafür konntest ich... Ne, ich war ja schon fast tot. Oh Gott. Die Hunde halten so viel aus. Und da oben ist einer. Puff. Hallo. Die Hunde kommen gleich ein, oder? Da oben ist einer. Ja. 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 Nein. Nein. Mhm. Ja. Der hat immer gestorben. Ich bin halt auf der höchsten Stufe. Nein. Oh Gott. Ja, ich glaube, das wird nur öfters passieren, dass wir sterben. Bleib du mal da oben. Dann hätte ich halt die Hunde angelockt. Mach mich direkt zurück. Ich bin jetzt dran. Ja, das war ich nicht nur noch mal da einfach. Ich bin leider. Da ist ein Feuer, da. Ich schauke mich schwer. Deine Weis OAuth. Oh, gut. Das ist die Zeit für Maracuja. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal hoch und killen alle, die gegenüberstehen. Du weißt schon, dass das erst ausgelöst wird, wenn wir heruntergehen. Ja gut, was machen wir denn? Muss ich auch runter? Achso. Oh, ich habe nur den erwischt. Oh Gott. Oh, du Scheiße. Oh, du Scheiße. Dann fehlt mir noch der... Komm, noch ein Hund. Gut gemeistert hier. Ja, das finde ich auch. Das Sterben schneiden wir raus, dann machen wir einen kleinen Kals, schneiden wir das raus. Machen wir keinen. Oh, Pfeiler. Klüppel dahinten, komm mal raus. Komm mal zu mir. Oh. Warte, ich habe auch was. Ja gut. Ja, ich dachte halt zum Kombinieren. Oh. 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 Ich habe aber einen Spray halt noch. Ja, ich dachte halt zum Kombinieren. Oh. Oh. Wie sollen wir denn da rüberkommen? Schwenk. Oh. 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 Hallo, und ich? Ah. 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 Ich glaube, ich muss auf die Fässer schießen. Echt? Ähm, ich glaube schon, ich weiß nicht. Ich teste das doch einfach. Ah. Du hast mich sterben lassen. Mein Partner Chris hat mich sterben lassen. Ja. Ja. Ist du? Äh, ich... Ja, du musst ein Stück weiter... Ähm. Ja, halt gleich. Ja, und ich spring auch noch. Oh, da kommen ein paar Freunde. Ich stehe wieder auf. Da kommen Pfeiler. Ja, ich seh mal nicht. Da kommen wir einfach mal in eine A-G. Ja, ich stehe wieder auf. Ja, ich seh mal nicht. Ja, es hat immer noch nie... Jeder... Äh, jeder Schiss braucht mal einen Shot. Echt? Der Schiss braucht mal einen Hideshot. Echt? Es ist nur nütz, die halten halt mehr aus. Der hat sogar ein Headshot jetzt. Flitz! Oh man, wann darf ich denn mit meiner Snipey spielen? Ich glaube gegen Ende des Spiels. Echt, du spielst? Ich hab keine Ahnung. Okay, gut, ich geh da auch weiter. Wir müssen ja da runter. Ja? Mal schauen, ob du es findest. Ich? Was soll ich finden? B.S.A.R. endlich. Ach da, ich seh's schon. Ja, wollte ich grad schießen. Oh Gott, es ist dunkel. Fläschleppig. Oh, wach du Scheiße! Zweikäpfelkunden sind nicht schön. Das wird für einen gar nicht okay. Ich hab die ja aufgerüstert. Ich hab die ja aufgerüstert. Ich hab das ja irgendwie aufgerüstert. Das ist doch nicht gut. Ich hab das nicht gefunden. Ich bin nicht nur einfacher. Ich hab das nicht nicht gesehen. Ich hab nicht. Ich hab das nicht gemacht. Ich hab das nicht gemacht. C'mon! Cripp! Cripp! C'mon! Cripp! C'mon! Cripp! Hello! Oh, warte, mein! My God! Peter, bestimmt da laut, oder? Nein! Kann ich noch mal schütteln? Natürlich schütteln! Oh! Warte! 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 Barte! Warte! Down drücken mit Lär-Taste hoch Lär-Taste will ich eigentlich auch immer springen, aber wir können in dem Spiel nicht springen Oh, da rinnt ein Kollege weg Hab ich was für dich? Ich hab im Wasser nichts Ich weiß nicht, auch halt Irgendwo Ich hab keine Granate mehr, ich hab gerne Granate Oh Ich hab auch keine Bin ich sehr am Wasser nichts Ich hab das nicht Ich hab das nicht Ich hab halt Angst vor dir Das ist eine Lüge. Haben wir jetzt keine Granate oder was? Achtung. Geh mal fort. Rinden. Ja, nicht von mir. Da hat Wurm gemacht. Jo. Ach, da hinten wird ein Schlüssel angezeigt. Hallo? Oh, da hängt ein Kollege. Hallo. Der hängt da schon ein bisschen länger. Da ist was oben bei ihm. Es löschet bei ihm. Ich weiß aber keine Füße. Wer tut? Nein, da oben hängt. Oh, da vorne geht's. Oh, da vorne geht's. Jeden Moment! Ich bin einen Schlüssel. Oh, das ist richtig. Das ist ein Schlüssel. Oh, das ist ein Schlüssel. Oh, das ist ein Schlüssel. Und dann ist er... Nicht öffnen, ich will nicht. Hallo, das ist Gold. Wir können wieder zu. Oh nee. Au! Hat der einen Topf auf mich geworfen oder was? Ich bin der König der Becher. Ich bin der König der Becher. Ja, das war's. Wir wissen ja auch. Wir waren in Leifnissen. Das war's an der... Das war's an Chris. Ja, Mann. Ich bin der Tag zum Chris. Ich bin der Tag zum Chris. Ich hab deinen Headshot verpasst zwischen den Augen hier. Mal wieder. Ja, drei Schuss halte ich dir aus. Drei Headshots. Na, fang uns mal los, Tarzan. Oder wo müssen wir lang? Ich weiß nicht, wir fahren jetzt nur mit dem Boot. Ist hier unten was passiert? Huuu. Oh. So, schütte gern einen Kollegen. Ah, dahinten ist ein Kräuter. Ja. Du machst das schon, oder? Wahnsinn. Das sieht das hier richtig aus. Ah, da oben ist nur einer. Oh, schütte. Oh, schütte. Kräuter. Oh Gott. Ich muss mal mit der Leiter nach oben gehen. Und da ist die Luftgeführung. Und da bist du im Moment. Hab ich. Und Kräuter. Ach, du schütte. Ach du schütte, alle drei umgerutschen. Ach du schütte. Oh, du schütte. Und... Ach du schütte. Ach. Wo kommst denn du her? Malibaba-lo. Neneeneene... Ich bin nicht im Flieger. Weg, 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 weg. Es ist jetzt nicht... Au. Kommt deswegen her. Ohaah. Kannst du mal runterkommen? Perwegs Du bist voll Jetzt habe ich einen Platz wieder frei Dankeschön Ich kann dir eine Granate geben Nee Ja, ganz schön Nee Oh, Baby Wuhuhuhu Ich schruttflinken, Manni Was war da drin? Ich schruttflinde Ich bin voll, hör auf Ich hoffe, ich hoffe, ich nicht mehr Sachen voll Schruttflinde am Arsch Ich habe dich ganz versehen, dass du Sniper aufgerufen hast Nöööö Entschuldigung Bitte, mein Liebenssicher, wie hart am Lügen sie ist Oh, ich darf endlich mit Dester spielen Ich habe mich sehr Zeit Zufall Nöööö Ich bin fast in der Stadt Kommw 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 Jaaa! Wtf? Ratspuff Oh, hallo! Ähm, hier liegt ein Schintestollengewehr-Munition Ich bin voll... Du hast mich vollgestoppt Ich kriege Grenade manchmal weg Ja, Hilfe! Ja Ich mach so lange die Beziehung langsam auf Blut 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 Dün Ja, da kam du noch her Ne Oh, Säge! Doppelsäge hier Kann ich nicht mitnehmen? Ja Was? Die Maschine gibt es mal. Perfekt. Lauf wieder 300 Sos. Kommen wir nicht von hier? Ich hab nicht. Was ist das? Was ist das? Masse sind in HQ! Ich bin untertitelt mit B.O.W. Ich bin untertitelt! Oh, verdammt! Ich bin untertitelt! Ich bin untertitelt! Kirk, was passiert? Komm her, Kirk! Das ist unten! Das ist hier! Das ist hier! Oh, nee, ich bin untertitelt! Alibabas! Oh, hier liegt… Gewehrmusik... Ich fülle deine Waffe! Bob! Hör auf, du bist schon Kopflos, du kannst auch nicht schießen, oder was? Bitte. Oh, lecker. Oh, fuck it. Der steht doch da, schießt der ganze Zeit los hier. Hör dich. Das Gewehrmonitor kann ich nicht machen. Wie er sich selbst heilt, hast du das gerade gehört? Wow, ich habe gerade gekocht, damit du, jetzt hast du das auch selbst geheilt hier. Habt du das gehört? Ich habe deine Gewehrmonition mitgenommen. Olaf, ey. Das ist ein Olaf, ey. Ich bin ein Olaf. Dann gebe ich dir halt nicht deine Gewehrmonition. What? Also bin ich jetzt erschrocken. Ne, komm her, Olaf. Komm her, jetzt. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Du hast eine Karte. Unten. Ja, ja, hier ist Muni. Hallo, da. Oh Gott, hier sind Gegner. Da nicht. Du bist oben bei mir. Ich bin, oh, ich bin hinter dir hier gewesen, okay. Ich bin, oh, 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 ich Ich brauche ammo! Nö, ich bin nicht Ja, alles... alles Beste Alles für mich Ja, nicht Spaß Mhm, du brauchst meine Hilfe um da rüber zu kommen Ich gehe runter, ich muss ja runter Oh, du! Bullshit, du kommst Oh, mein Gott Dankeschön! Aus! Wir gehen gefeilert, wie es vorher Ich habe das Ich habe das nicht zu tun Ich habe das nicht zu tun Ich habe das nicht zu tun Ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. Da. Wow, kam zwei durch Stefan. Nur der Eintritt. Warte, Gabe, da. Wof, dann bin ich. Ich glaube nicht auf die Fässer, die können wir nicht gebrauchen. Ich weiß nicht. Ja, man weiß nie. Lieber die Fässer behalten. Mal gucken, was ich machen kann. Ich kann ja eh nix mehr tragen. Da drin hast du schon alles gebootet. Hm, da war nur ein bisschen Muni. Oh, grünes Ground. Wie ist das denn? Ich mache Pistole im Muni. Juhu. Wie ist das? und du scheitern ich glaube da Ach Gott, ist das nicht der, den man ins Auge schießen muss? Oh mein Gott... Weiß nicht, aber... Okay... Wieso, den ins Auge zu schießen? Ja, ich guck hinter uns. Nee, wir müssen weg hier. Da hinter uns kommen auch ein paar Freunde, da muss ich stoppen. Ach ja, Sepp, du beschützt mich nicht! Sepp, ich bin tot! Wow! Ich muss hinter uns schießen. Da! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße, ich sterbe! Ich bin doch da, wo bist du? Ich sterbe! Wer sagt, der kommt! Ach... Ich dachte, du bist doch ein Paar, ich weiß nicht. Ich bin doch nicht der Entschluss! Ich kann dir nicht wegschließen. Und er renntet an mir her. Hallo! Hallo! Liebe Freunde! Hallo! Hallo! Ja, komm' on! Geht's schwer! Haha! Ja, komm' on! Haha! Hallo! Die ganze Sprüche, ich war nicht so in Panik, Alter. Wir schaffen das doch. Ich weiß nicht, macht er jetzt tot. Ich schütte ihn wieder auf. Warum steht der wieder auf? Ich glaube, er ist ein bisschen aufgehoben. Wow! Nicht von mir wegrennen, dann bist du von mir weggegangen. Ich war wieder tot, was soll ich denn machen? What, warum steht der noch mal auf? Ich wollte dich gerade heilen, dann bist du einfach weggegangen. Oh, fuck it, ey. Dann... Oh, ich hab's. Ja. Beidung habe ich auch noch mal. So. I'm ready. Ne, warte. Ja, aber ich würde sagen, das war's für die Folge erstmal. Und ich sag wie immer, danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like, ein Feedback, Kommentar, ein Daumen nach oben. Genau, euch hat's gefallen. Okay. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.